Genau, was ist mein Forschungsinteresse, warum schaue ich mir das Thema überhaupt an? Bisher gibt es immer in der Fachliteratur, zumindest in den Berichten, die ich gelesen habe, einen relativ exklusiven Blick auf das Thema. Es wird sich entweder aus medizinischer Sicht damit beschäftigt, okay, was sind die Folgen davon, aus menschenrechtlicher Sicht, warum ist das schlecht im Sinne von Menschenrecht oder eben im Sinne von den Gesetzen eines Landes oder mehrerer Länder, gerne auch mal im Vergleich. Oder eben kulturell wertschätzend, wir sollten anerkennen, dass es dort praktiziert wird und das ist auch gut so und dann wird das relativ selten kritisch hinterfragt. Und des Weiteren gibt es eine sehr ausbaufähige Datenlage und Datenanalyse, was eben dadurch bedingt ist, dass das Ganze ein Tabuthema ist, dadurch bedingt es, dass viele Frauen gar nicht wissen, dass sie beschnitten sind und wenn ja, welchen Typs. Also es gibt echt welche, die haben mal so eine Mini-Stichprobe gemacht und haben dann eben herausgefunden, dass wirklich einige Frauen fälschlicherweise von sich gesagt haben, sie seien beschnitten, obwohl sie es gar nicht waren. Das hat man dann eben durch gynäkologische Untersuchungen festgestellt und die Frauen haben sich auch in andere Typen eingeteilt als tatsächlich sichtbar waren. Genau und viele Wiederholungen. Also man sieht wirklich, wenn man sich die Literatur anschaut, es schreibt A von B ab und B von C und dann hast du D, der wieder von C abgeschrieben hat. Und dadurch, wenn halt eine Information mal irgendwo stand, du findest sie in den Folgenjahren in jedem Paper wieder. Und das repetitiert sich halt sehr viel und es kommt relativ wenig Neues dazu. Was dazu kommt, geht in die Fläche. Also es schaut sich dann jeder eine bestimmte Region an, wo die Praxis verbreitet ist, eine bestimmte Subgruppe, aber es geht nicht wieder runter in die Tiefe und wird nochmal von vorne aufgerollt. Das passiert sehr selten. Genau, das habe ich mal so ein bisschen gemacht. Ich habe mir mal so die ganzen Paper, die ich gefunden habe, angeschaut und habe die wirklich mal kritisch hinterfragt. Was steht eigentlich dahinter? Klar, es nennt jeder immer so ein bisschen Gründe, die so in einem qualitativen Interview mal irgendwie gefallen sind. Also das ist jetzt ein bisschen plakativ, vielleicht auch ausgedrückt. Die machen schon wirklich gute Forschung und gehen da auch wirklich tief rein und bringen da auch wirklich Ergebnisse. Was ich dann so mir als Modell eben gedacht habe, ist, einerseits hat man in sehr vielen Gesellschaften, wo das Ganze praktiziert wird, patriarchale Strukturen, die sich auch häufig sehr stark verfestigt haben. Wir haben sehr häufig Frauen in untergeordneten Rollen. Wir haben häufig Frauen, die institutionell benachteiligt werden. Des Weiteren, damit mal die genitalische Heilung durchgeführt werden kann, muss man dem dualen Gender glauben. Das heißt, wir müssen gleichzeitig, während wir anerkennen, dass Frauen irgendwie eine geringere Rolle haben als Männer, sehen, dass Frauen, wenn sie verändert sind, eine andere Rolle haben. Dass sie dann besser sind. Und des Weiteren gibt es noch einen Wertekanon, der durch die weibliche Genitalbeschneidung ausgedrückt wird. Also man bekennt sich dann quasi zu diesem. Das ist wie ein Symbol, das man trägt, auch wenn man das jetzt nicht offen zeigt. Das ist ein Symbol. Und der steht eben gegenüber den medizinischen Bedenken, die damit eben einhergehen. Und das ist dann auch eben ein Auswendungsprozess, wobei man eben bedenken muss, dass nicht jeder den gleichen Zugang zu alten Informationen besitzt. Genau. Diese drei Faktoren, diese drei latenten Konstrukte, würde ich mal sagen, bestimmen die Einstellung der Mutter. Und gleichzeitig hat die Mutter nur eine gewisse Entscheidungsmacht innerhalb der Familie, innerhalb ihres sozialen Gefühls. Und wie dieser Aufwendungsprozess dann ausgeht, das bestimmt letztendlich den Beschneidungsstatus der eigenen Tochter. Genau. Welche Werte liegen die ganzen zugrunde? Wir haben einmal zentral den Aspekt, dass das Verhalten der Tochter direkt auf die Familienehre zurückfällt. Das heißt, wenn die Tochter sich irgendwie falsch verhält, sich irgendwas zu Schulden kommen lässt, dann beeinträchtigt den Status und das Prestige meiner eigenen Familie negativ. Ein moralisches Verhalten der eigenen Tochter steigert ihre eigenen Heiratschancen. Das heißt, sie ist dann auf dem Heiratsmarkt mehr wert, was wiederum meine eigene Familienehre natürlich und mein Prestige anhebt. Die Heirat ist in vielen Gesellschaften einer der wenigen Mittel zur gesellschaftlichen Integration von Frauen, wie sie sich eine Existenz außerhalb ihrer Herkunftsfamilie aufbauen können, weil sie eben institutionell sehr stark benachteiligt sind, in der Bildung sehr stark benachteiligt sind und auch sehr häufig auf dem Arbeitsmarkt. Genau, die Werte, die sehr häufig im Kontext weiblicher Genitalbeschneidung genannt werden, also das einen, mehrere oder auch alle zusammen findet man bei den allermeisten Befragungen. Da könnt ihr auch gerne mal, wenn euch das interessiert, euch Paper anschauen. Das ist einerseits Schönheit, das ist das körperliche Ideal. Es ist auch ein Ausdruck von Reife, weil das oft auch erst in einem gewissen Alter praktiziert wird. Es ist ein Ausdruck auch von Religiosität. Es geht einher mit einer gesellschaftlich akzeptierten Sexualmoral. Es lässt einen Eintreten in den Status der Heiratsfähigkeit. Es ist ein Symbol für Fertilität. Es dient auch der Steigerung des männlichen Lustempfindens. Und es ist ein Ausdruck davon, eine gute Ehefrau und später auch eine gute Mutter zu sein. Und es ist eben auch gleichzeitig eine Ehrung der Ahnen, weil die haben es ja auch schon so gemacht. Und wenn man das nicht tun würde, dann würde man sie quasi verraten. Genau. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor. Das sind so alle Folgen, die weibliche Genitalverstümmelung mit sich bringen kann, nicht muss. Wie gesagt, es gibt die verschiedenen Typen. Je nachdem, welcher Typ vorgenommen wird an einem Mädchen, je nachdem unter welchen hygienischen Standards, das vorgenommen wird. Je nachdem, wer die Beschneidung auch durchführt, wie gut diese Person ausgebildet ist, wie gut die vielleicht auch mit Komplikationen während des Eingriffs umgehen kann. Davon sind die ganzen Folgen eben abhängig. Wichtig ist mir dazu zu sagen, es gibt sehr viele physische Folgen, es gibt auch einige psychische Folgen. Problematisch ist, die Folgen sind teilweise in den praktizierenden Gesellschaften kaum oder wenig bekannt. Sie werden selten bis gar nicht mit der Beschneidung selbst in Verbindung gebracht, weil man viele eben erst viel später sieht und dieser Zusammenhang nicht hergestellt wird. Für die physischen Folgen ist er allerdings von medizinischer Seite relativ gut belegt, natürlich auch für jede Folge unterschiedlich gut. Für die psychischen eher weniger gut, weil man das halt im Nachhinein immer recht schwer sagen kann, woran genau jetzt zum Beispiel ein Trauma oder Angstzustände, wodurch die genau ausgelöst wurden. Aber es sind definitiv Verbindungen hergestellt worden. Natürlich, wenn jetzt jemand beschnitten worden ist. Es kann auch gar nichts passieren, man kann aber auch daran sterben. Wie halt bei jedem medizinischen Eingriff letztlich. Okay, soweit so gut? Ja? Wie es die Liebe ist? Nee, weil ich mir umgegangen gedacht habe, weil das in den Wertekamern die Mutter ist ja wahrscheinlich selber aufgeschnitten, oder? Das kommt drauf an, das kommt auf das Land drauf an, das kommt auf die Region teilweise in dem Land drauf an, ja. Dann ist es halt natürlich nochmal schwerer, sich eben dagegen zu entscheiden. Dazu komme ich auch später, aber das kann ich auch jetzt gern vorweggreifen schon. Also man sagt so, der beste Schutz einer Tochter vor eigener Genitalbeschneidung ist, wenn die Mutter nicht beschnitten ist. Also wenn man quasi diesen Kreislauf durchbrochen hat, ist das relativ sicher. Natürlich, die Mutter würde sich selber, wie man ja an den Ahnen gesehen hat, die würde sich selber verraten. Sie würde ja selber sagen, an mir wurde das falsch gemacht. Und muss sich ja dann dagegen entscheiden. Das ist, ja, das ist eine starke Leistung, die man da bringen muss, mental. Das stimmt schon. Okay. Wir haben ja schon gesehen, dass die Mutter eben die Entscheidung trifft, primär. Die Praxis wird nämlich von den Frauen aufrechterhalten und an die nächste Generation weitergegeben. Vorrangig ist es natürlich erstmal die Mutter, es kann aber auch die Tante sein. Also es ist theoretisch immer eine Generation höher. Auch die Oma ist denkbar. Wichtig ist, die Mutter muss, damit ihre Meinung wirklich auch die zentral ausschlaggebende ist, wirklich auch was zu sagen haben in dem familiären System. Wenn jetzt natürlich die Tochter mit der Mutter und der Oma zusammen wohnt, die Mutter ist dagegen, dass ihre Tochter beschnitten wird, die Oma ist aber voll dafür, dann wartet die Oma, wenn sie wirklich sehr stark dafür ist, bis die Mutter mal weg ist und gibt dann das Kind zur Beschneiderin. Das passiert tatsächlich. Und ein Kind muss halt, wenn die Mutter es tatsächlich schützen will, wirklich dauerhaft geschützt werden. Eine Beschneidung ist schnell vorgenommen. Sie ist nicht wieder komplett rückgängig zu machen. Und quasi schützen muss ich die ganze Zeit beschneiden, muss ich nur einmal. Dann ist es vorbei. Genau. Und wie gesagt, das ist irreversibel zumindest. Nicht komplett. Genau. Kritisch einmal an dem, was ich mir da jetzt so überlegt habe, ist natürlich zu sagen, ich habe mal Religion angesprochen. Religion, das ist so ein großer Tickung. Da widersprechen sich auch teilweise alle Quellen in sich selber komplett. Einerseits ist die Praxis, das kann man wirklich beweisen, älter als sowohl das Christentum als auch der Islam. Es ist in keiner Schrift von jeglicher Religion wie der Christentum, Islam, Naturreligionen, was man sich vorstellen kann, festgeschrieben. Trotzdem denkt jeder, es steht irgendwo. Genau, was in Ägypten jetzt ziemlich interessant ist. In Ägypten hat man eine kleine christliche Minderheit, das sind größtenteils koptische Christen. Und vor einigen Jahren hat sich der koptische Papst gegen die Beschneidung rausgesprochen und hat da quasi ein Machtwort gesprochen. Und seitdem ist die Praxis eben unter Kopten komplett zurückgegangen. Die nehmen das nicht mehr vor und grenzen sich dadurch eben auch aktiv von den Muslimen in ihrem Land ab. Während bei den Muslimen es von Imam zu Imam unterschiedlich ist, wie er sich dazu positioniert. Das heißt, da ist mehr so dessen persönliche Meinung auch noch wichtiger. Genau, was man aktuell beobachten kann, ist, dass ein Trend hin zur Medikalisierung geht. Das heißt, es kommt langsam wirklich auch in der Bevölkerung an oder in den Bevölkerungen, dass es gesundheitliche Risiken birgt. Und deswegen geht man jetzt immer öfter zum Beispiel in ein Krankenhaus, um dort den Eingriff vornehmen zu lassen. Teilweise von Ärzten, teilweise von traditionellen Beschneiderinnen, die in ein Krankenhaus gehen, falls es eben zu Komplikationen kommt, damit besser und aktiver geholfen werden kann. Und was auch zu beobachten ist, was auch mit der Gesetzgebung in den letzten Jahren zu tun hat, ist ein immer jüngeres Beschneidungsalter. Weil erstens jüngere Mädchen oft noch nicht so gut von ihren Rechten Bescheid wissen. Und zweitens, sie sich nicht aktiv daran erinnern können und somit keine Zeugen vor Gericht sein können. Also das ist wirklich zu beobachten, dass das durchschnittliche Beschneidungsalter, wenn man Service vergleicht, immer weiter siehnt. Genau, ich schaue mir das Ganze in Ägypten an. Ägypten ist durch ein sehr starkes Stadtlandgefälle geprägt. Also wir haben große Städte und weite Flächen auf dem Land, wo natürlich dann auch unterschiedliche Informations- und Lebensstandards herrschen. Wir haben die weltweit höchste Prävalenz von weiblicher Genitalverstümmelung. Je nachdem, welche Quelle man sich anschaut, so zwischen 89 bis 97 Prozent der Frauen sind beschnitten. Wir haben den höchsten Medikalisierungsgrad weltweit, vor allem in den letzten Jahren, sehr stark steigend. Und wir sehen auch hier eine strukturelle Benachteiligung von Frauen. Sie fallen häufiger aus der Bildung raus, vor allem in frühen Jahren als die Männer. Und wir haben starke Einschränkungen in der persönlichen Entscheidungsfreiheit. Zum Beispiel dürfen Frauen sich nicht selber ein Reisepass besorgen. Genau. Wie schaut das Ganze rechtlich in Ägypten aus? Seit 1997 haben wir ein generelles Verbot, mit der Ausnahme, dass eben Ärzte eine Beschneidung vornehmen dürfen. Seit 2007 gibt es ein striktes Verbot. Niemand darf Beschneidungen an Mädchen mehr vornehmen. Es gibt Strafen gegen den Vater und den Durchführten. Allerdings wird das Gesetz kaum durchgesetzt. Genau. Und 2012 gab es die erste Rengenresolution gegen weibliche Genitalverstümmelung von der Generalversammlung. Es gab schon vorher von der WHO an, aber die war von der kompletten Generalversammlung. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die ganze Praxis ist sehr umstritten, auch in den durchführten Ländern und die Gesetze ändern sich regelmäßig. Genau. Welche Frage leitet mich bei meiner Forschung? Ich frage mich, welche Zusammenhänge existieren zwischen den sozialen Faktoren, der mütterlichen Entscheidung und der Weitergabe der Praxis an die Töchter? Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend, glaube ich. Genau. Mit welchem Datensatz widme ich mich dieser Frage? Ich schaue mir den Aerographic and Health Survey an. Der ist von den USA entwickelt. USAID heißen die und wird in vielen Ländern der Welt durchgeführt, zum Beispiel auch in Ägypten. Das ist ein Querschnitt, wird aber in mehreren Jahren durchgeführt. Und zwar schaue ich mir die Jahre 95, 2002 und 2014 an. Er beinhaltet jemals verheiratete Frauen, also auch solche, bei denen der Mann gestorben ist oder die geschieden sind, die zwischen 15 und 49 Jahre alt sind. Genau. Und die haben jeweils neue überarbeitete Codebooks. Manche Fragen fallen raus, neue kommen hinzu. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ich habe euch jetzt ein bisschen erstmal allgemein, wie sich die Zustimmung der Mütter verändert hat über den Zeitraum hinweg. Das sehen wir hier einfach als Quote und da sehen wir die Zustimmung zur weiblichen Debitatbeschneidung von 95 bis 2014 an. Genau. Jetzt widmen wir uns mal nur dem 2014er, weil dadurch, dass die eben immer unterschiedliche Kaufbücher verwenden, ist das eine Heidenarbeit, immer die jeweiligen richtigen Items herauszufinden. Genau. Was sehen wir hier? Ich habe euch mal ein paar Univariate-Analysen mitgebracht. Wir sehen hier links oben unter A. Da wurden die Mütter eben gefragt, soll ihrer Meinung nach weibliche Genitalbeschneidung fortgeführt werden? Hier unten 5000 Frauen haben oder Mütter haben Nein gesagt und so ungefähr 8000 haben Ja gesagt. Das heißt, es sind immer noch mehr für die Fortführung als Dahin. Genau. Dann bei B. Rechts davon habe ich euch mitgebracht, welche Glauben, die wir fragten hatten. Wir sehen, die überwiegende Mehrheit ist muslimischen Glaubens und eine kleine Minderheit ist christlich oder du kennst dich zu einer anderen Konfession. Genau. Hier unten sehen wir den höchsten Bildungsabschluss nach dem Niveau. 0 heißt, dass sie keinen Grundschulabschluss haben. Grundschule sind in Ägypten 6 Jahre. 1 Grundschule, 2 Secondary und 3 Higher. Genau. Und rechts sehen wir noch die Anzahl an Töchtern, die die Frauen haben. Auch wenn es jetzt nicht so ausschaut, es gibt wirklich einige, 100 und ein paar, die neun Töchter. Da sind die Jungs noch nicht mitgezählt. Genau. Dann habe ich ein Strukturgleichungsmodell gerechnet. Dazu habe ich meine latenten Konstrukte angeschaut, habe darauf Items gebildet, also die Items, die quasi Fragen in Fragenbogen. Das sind die gekasteten hier. Dann das hier sind die latenten Konstrukte, die quasi immer mit mehreren Fragen ich operationalisiert habe. Und die wirken dann wiederum auf die Meinung der Mutter. Ja. Und die Zahlen, die ihr da seht, die müsst ihr quadrieren, dann habt ihr das aus Square. Genau. Und im zweiten Schritt, nachdem hier eben festgestellt wurde, es gibt Zusammenhänge zwischen den einzelnen latenten Konstrukten, die ich eben über die Variablen gebildet habe, habe ich mir eingeschaut, ob die Meinung der Mutter tatsächlich entscheidend ist für die Durchführung der Praxis. Und zwar habe ich dazu den Anteil der beschnittenen Töchter an der Gesamtzahl der Töchter der jeweiligen Mutter genommen und habe ihre Meinung genommen und gebe ihr Scheidungsgewalt im Haushalt, ob die beim Mann liegt oder nicht. Und da können wir sehen, dass, wenn die Mutter die Praxis befürwortet, der Anteil der beschnittenen Töchter höher ist. Und das ist sehr signifikant, dieses Ergebnis. Und wenn die Mutter nicht die Entscheidungsgewalt hat, dann ist die Beschneidungsquote unter den Töchtern auch erhöht. Und genau, vorläufiges Fazit bisher ist, ich kann mit dem, was ich mir da ausgedacht habe, mit diesen drei latenten Konstrukten nicht komplett daneben liegen. Wir müssen mal noch schauen in den weiteren Analysen, die ich jetzt eben noch vornehmen muss, wie sich das weiterentwickelt, ob sich da vielleicht noch Probleme ergeben, ob ich das Ganze nochmal überarbeiten muss. Aber soweit kann das erstmal so stehen bleiben bisher. Genau, ich würde jetzt aus Zeitgründen die Situation in Deutschland erstmal so stehen lassen, Fragen beantworten. Ansonsten, wenn keine Fragen mehr sein sollten, können wir da auch nochmal kurz drauf zurückkommen. Okay, das war's soweit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.